Ist das die Rettung, eventuell die Rettung meines Halses oder zumindest die Rettung meiner Handelsgesellschaft hier auf dem Mars? Das war die Frage, mit der ich die letzte Folge hier beendet hatte und die anknüpfte an dieses Zufallsevent. Endlich mal ein positives. Auf meiner Seite die Glaspreise steigen und steigen durch ein globales Zufallsevent hier ausgelöst. Wunderbar. Bislang hatte ich ja nur Pech mit dem, was ich produzierte. Kaum hatte ich Nahrung produziert, schon sanken die Nahrungspreise durch ein Event. Kaum produzierte ich Sauerstoff, sanken die Sauerstoffpreise. Jetzt steigen die Glaspreise. Hat der Zufallsgott vielleicht doch ein Herz auf dem rechten Fleck, nämlich auf meiner Seite? Das wäre doch schön. Was kann ich bis dahin machen? Ich habe nicht genug Glas. Ich habe das Glas, alles Glas gerade verkauft oder fast alles. Knapp 30 habe ich nur noch auf Vorrat. Hier kommen Schiffe. Sind das eigentlich meine Schiffe? Sind das meine Glasschiffe, die hier gerade ankommen? Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Das wäre ja doch schön, oder? Landen die bei mir? Ja, das sind meine Glasschiffe. 229 jetzt der Glaspreis. 233. 237. Ja, 88. Der Preis steigt und steigt. 250. Wow. 253. 259. 3. Oh, ich fasse es nicht. Ich lasse ihn noch weiter steigen. 71. Ganz ruhig bleiben, WB. Jetzt stoppe ich. 275. Jetzt kann ich denen eine goldene Nase mir holen. Höher wird es nicht. Das wird alles verkauft. Und wenn ich 47.000 zusammen bekomme an Credits, 40 Glas muss ich behalten. Da könnte ich hier nochmal ein Upgrade machen. Ich verkaufe jetzt erstmal. Oh, mir schlägt das Herz bis zum Hals. Wow, was da alles reinkommt. Der Preis sinkt natürlich. 240. 42.000. Upgrade bei 47.000. Ich kann nur in 10er Schritten verkaufen. 40 Glas brauche ich eigentlich. Ziehe nochmal eins ab. Jetzt bin ich bei 44.000. 47.000. Mir fehlen noch 3.000. Die muss ich doch auftreiben. Aluminium verkaufen darf ich nicht. Das brauche ich. Aber ich kann zum Beispiel Nahrungsvorkommen verkaufen. Der Preis ist wieder mächtig gestiegen. Aber die produziere ich im Augenblick nicht. Sauerstoff verkaufen. Upgrade. Ja! Ist das die Wende hier? Ist das die Wende hier in meinem Handelskrieg hier? Endlich nachgezogen. Auch auf Level 3. Ich fasse... Okay, ich bin immer noch ganz hinten in der Aktienliste. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, 3 Claims zu setzen. Puh, das muss jetzt gut überlegt sein. Welche 3 Claims sollten das sein? Wo ist noch Potenzial? Wo sind die Preise hoch? Stahlproduktion. Für ein weiteres Upgrade auf jeden Fall. Ich könnte natürlich auch hier noch einen weiteren Chemikalienproduktion daneben setzen. Dafür brauche ich Carbon. Das kann ich mir aber auch dazu kaufen. Ich glaube, das mache ich. Oh Gott! Ich habe gar keinen Stahl. 10.000 brauche ich, um mir das bauen zu können. Aber hier markiere ich auf jeden Fall einen weiteren Claim für die Chemikalienproduktion. So. Jetzt ist ein Claim weg. Jetzt habe ich noch zwei. Gut überlegen, Daniel. Gut überlegen. Wo jetzt? Hier, daneben noch zwei. Da habe ich die Möglichkeit, wieder irgendein Dreierpaket zu haben, die sich gegenseitig ergänzen. Die sich gegenseitig einen Bonus geben. Was könnte das für einer sein? Eventuell, Elektronikpreise sind zu hoch. Aluminium stelle ich nicht her. Carbon? Ah, auch nicht direkt. Sie liegt aber lieber in meiner Nähe. Diese Transportprobleme gehen wir doch ziemlich auf den Senkel. Ich könnte wieder hier auf Nahrung setzen. Die Nahrungspreise sind ja wieder hochgegangen. Hier nochmal zwei Wasser. Das ist natürlich riskant. Weil hier die Preise sind gleichzeitig gesunken. Andere, also hier könnte ich eventuell das hier umwandeln in eine Farm wieder. Und daneben wieder zwei Farben errichten. Wasser kann ich ja, das ist ja mein Bonus als Wissenschaftsfraktion direkt herausgewinnen. Andere Alternativen. Wo habe ich eventuell Eisen, wo ich dann Stahlfabriken draufsetzen könnte? Lass ich mir mal anzeigen. Hier stehen zwei direkt nebeneinander. Da hinten stehen zwei direkt nebeneinander. Ich bin mir nicht sicher. Wisst ihr warum? Im Augenblick sind die Stahlpreise unglaublich hoch. Es gibt kaum was Besseres. In der Spätphase des Spiels wird das anders aussehen. Wenn alle hier nämlich ihre Gebäude aufgelevelt haben, komplett. Und mehr als Level 5 ist gar nicht möglich hier. Beim Hauptquartier. Dann sinken die Preise wieder. Wenn ich bis dahin überlebe. Wenn ich bis dahin nicht aufgekauft werde. Und dann nur im Spiel sein sollte. Dann würde ich mich eventuell ärgern, dass ich diese drei Claims habe. Oder zwei Claims habe. Weit weg. Wo ich mich frage, was soll ich da eigentlich machen? Und dann fände ich es schöner, Claims zu haben, die direkt an meinem Hauptquartier zum Beispiel stehen würden. Wo gibt es sonst noch interessante Ressourcen? Kaum noch. Die sind alle schon gemobst worden. Aber ich brauche nur einfache Ressourcen. Ich brauche keine Riesenressourcen. Gibt es irgendwo noch ein Dreierpaket? Oder ein Zweier? Direkt nebeneinander? Nee. Ich mache es mal. Ich mache es mal so, dass ich könnte natürlich hier weiter auf Silikon setzen. Ich könnte ja bei den Glaspreisen noch eins draufsetzen. Wenn ich hier eine Silikon, eine Glasfabrik daneben stellen würde, dann hätte ich auch ein Hunderter-Bonus. Ist die Frage, ob das zu einem Überangebot an Glas führt? Wahrscheinlich nicht. Ich würde natürlich alles auf Glas setzen. Dann alles. Das ist riskant. Und hier habe ich dieses eine verwaiste Geländefeld. Hier. Die 107er-Preise sind auch ganz okay. Für die Nahrung am Augenblick. Ich mache es mal. Ich hole mir mal die beiden hier. Ich riskiere es echt. Obwohl, die muss ich nicht claimen. Das ist nicht nötig, weil wenn irgendwas passiert, die muss ich nicht claimen. Die wird mir die KI nicht wegschnappen. Kann ich mir nicht vorstellen. So, hier habe ich das leere Feld. Und würde dort gerne noch ein Chemikaliengebäude bauen. 10.000 brauche ich. 10.000 Credits. Meine Schulden wachsen und wachsen. Habe ich eigentlich die meisten Schulden? 44.000 habe ich. Die haben 64.000. 85.000. Und die haben? Oh. So wenige. Fast gar keine. Nein. Oh Gott. Das ist jetzt bitter. Das war allem deshalb bitter. Ich erkläre euch kurz, was passiert ist, weil ich eigentlich gar nicht direkt das Ziel dieses Anschlags war, sondern indirekt. Hier. Dieses Gebäude hier, was Miss Production gehörte, das war Ziel eines Anschlags. Und zwar eines EMP-Anschlags. Kennt ihr diese elektromagnetischen Signale durch die? Die gibt es ja auch in Wirklichkeit. Das sind ja wirklich Waffen, die keine Science Fiction sind. Die sind heutzutage schon entwickelt. Damit kann man elektronische Geräte komplett lahmlegen. Auch beim Abwurf einer Atombombe zum Beispiel tritt ein EMP-Effekt auf und alle Elektrogeräte fallen erstmal aus. Und hier wurde halt ein solcher EMP-Effekt, eine solche EMP-Waffe eingesetzt und über bis zu zwei Geländefelder im Kreis hinweg, im Radius, fällt die Produktion aus. Auf dem Feld in der Mitte am längsten, ein Geländefeld entfernt, ja immer noch für eine Minute oder für 60 Sekunden und für 30 Sekunden in den Außenzonen und da bin ich jetzt mit betroffen hier. Kann ich nichts gegen machen. Aber war das nicht so, dass ich als Scientific den Bonus habe als Hauptquartier, dass bei mir diese Effekte nur halb so stark sind? Dachte ich eigentlich. Ich glaube, das war ein voller Effekt. Weiß ich im Augenblick nicht richtig. Kann ich im Augenblick auch nicht ganz checken. Immerhin, hier kommen Na, ein Patent nach dem anderen wird geholt. Darf profitieren die. Oh, ich bekomme hier mittlerweile Chemikalien. Das kann ich investieren. Hier landen die ersten Glasschiffe. Dein Stock wird gekauft. Ich werde immer mehr aufgekauft. Ja, Glas ist auf 268. Da kann ich hier ein weiteres Chemikaliengebäude bauen. Ich habe dadurch einen 100er Bonus. Ich habe auch mittlerweile wieder Spielgeld. Ein neuer Claim. Wo denn? Achso, ganz allgemein ein neuer Claim. Da bitte ich mit. Muss ich ja nicht zahlen. Geht ja alles in die Schuldenkasse. Oh, mehr kann ich nicht. Das ist anscheinend irgendeine... Oh, 36 war viel. Das geht leider auch in meinen... Oh, habe ich mich da... Taubchen, wer hier merkt, meine Stimme stockt. Ich habe einen neuen Claim. Aber gleichzeitig ist das ganz schlecht für meinen Aktienkurs. Und ich bin ohnehin in Gefahr aufgekauft zu werden. Kann sein, dass ich mich gerade... Dass ich mich gerade verzockt habe. So, jetzt haben wir drei neue Claims. Das nächste Upgrade... Oh Gott, ist das teuer. Das kann ich auf lange Zeit knicken. Stahl wird immer teurer und teurer. Wahnsinn. So, jetzt ist die Frage... Ich produziere Chemikalien. Was ich gerne machen würde... ...wäre das Gebäude hier bauen. Kostet leider 20.000. Aber da kann ich meine Chemikalien investieren, um gezielt die Produktion zu erhöhen. Bei meinen Chemikalien und bei meiner Glasproduktion. 20.000 kostet mich das. Jetzt ist die Frage, wo baue ich das? Warum ich mich das frage? Jetzt ganz ernsthaft. Ich frage mich, ob ich diesen Claim hier eventuell aufgeben soll. Will ich die drei Wasser Claims hier nutzen? Denn hier sind die Preise. Sauerstoffpreise gehen, aber die Treibstoffpreise sind heftig gesunken. Ich möchte nicht auf. Ich möchte nicht umbauen. Ich mache das tatsächlich so. Ich baue den woanders. Also ich baue dieses Engineering Lab. Das baue ich hier. Das kann man nur bauen in der Nähe des Hauptquartiers halt. Und ich will das nicht zu dicht an. Ich muss aufpassen. Ich darf das nicht zu dicht an irgendwas anderem dran stehen. Das könnte ich Ärger bekommen bei irgendeinem Anschlag. Aber das hier, das sollte okay sein. So, jetzt wird gebaut. Das dauert eine ganze Weile. Nacht beginnt. Zwei Claims habe ich. Die beiden anderen Claims, wie benutze ich die? Glas oder Chemikalie? Oder hier Nahrungsproduktion? Das sind die Fragen. Ich kann sein, dass ich hier auf Nahrung umstelle. Ich weiß es im Augenblick nicht. Deshalb gehe ich jetzt erstmal mit den beiden Claims, die ich habe, so um, dass ich hier oben die Chemikalien noch dazu, nee, das Glas dazu baue. Da verbrauche ich, oh Gott, 10.000. 10.000. Und, ähm, 2500 nur für eine Farm. Ich reiße den schon mal ab, der bringt mir gar nichts. Bau hier eine Farm. Ich werde immer mehr aufgekauft. Gar nicht gut. Das ist die erste auf Nummer 5. Das Hauptquartier ist auf Nummer 5. Komplett aufgebaut. Ausgebaut. Das sollte den Stahlpreis, hoffe ich, hoffe ich, bald ein bisschen sinken lassen. Chemikalien auf 100, die brauche ich aber gleich für die, die Forschung hier. In diesem Engineering Lab. Die will ich mir auch im Augenblick nicht verkaufen. Ich werde aufgekauft. Kann sein, dass ich bald aus dem Spiegel raus bin. Dein Stahl wird aufgebaut. Ja, das ist ein massiver Angriff auf mich. Jetzt muss ich reagieren. Das ist eh nichts wert hier. Und kaufe eins dazu. Treibe damit den Preis in die Höhe. Dadurch wird es ein bisschen teurer, mich aufzukaufen. Denn, äh... So, jetzt habe ich hier mein Engineering Lab. Hier ist es, das ist dieses Gebäude hier. Und hier kann ich jetzt Chemikalien, Chemikalien ausgeben, um die Produktion zu steigern. Wenn ich zum Beispiel die Chemikalienproduktion hier auf Upgrade klicke, gebe ich 20 Chemikalien aus. Und dadurch erhöht sich die Chemikalienproduktion um 25 Prozent, um ein Viertel. Das ist verdammt viel. Und da das hier neben der Glasproduktion für mich die wertvollste ist, mache ich das sofort. Gleichzeitig muss ich hier... Na, wurde das gerade nicht angenommen. Doch. Da gibt es eine Verzögerung. Hier fehlt Carbon. Das muss ich manuell kaufen. Das dauert ja relativ lange, aber erhöht die Produktion. Hier kann ich Chemikalien ausgeben. Kann ich die Kriegskasse wieder füllen, auch mit dem Sauerstoff, ja. Gibt es irgendwas, wo ich spekulieren könnte mit Kaufen oder Verkaufen? Sehe ich im Augenblick nicht. Zwei Geländefelder habe ich noch. Ich muss schnell an Gold, an Geld kommen, an Credits kommen. Also hier oben... Wie viel bräuchte ich, um hier oben die Glasproduktion zu kaufen? 10.000 immer noch. Wie viel ist hier? 59 Glas. 59. 29. Im Augenblick ist wirklich Gefahr im Verzug. Da schicke ich alle Ressourcen nach Hause. Ich brauche alles, was ich kriegen kann, um mich zu verteidigen gegen diesen Angraf hier. 2 Claims habe ich noch. Ich werde nochmal aufgekauft. Diesmal auch von anderen. Jetzt geht mir doch echt der Popo auf Grundeis. Ich verkaufe Sauerstoff. Ich verkaufe Chemikalien. Ich treibe meinen Preis in die Höhe. Ich sch Fehler, ich schaub dir. Die Stimmen von Schrein. Ich schaue mir doch alles. 19. 20. 20. 20. 20. 21. 22. 24. Ich treibe meinen Preis noch mehr in die Höhe. So, jetzt ist die Chemikalienproduktion verbessert. Ich setze noch eins drauf. Ich brauche gleich 40 Chemikalien dafür. Zwei Claims habe ich noch, die ungenutzt sind. 113.000 Schulden. Wahnsinn. Wahnsinn. Knapp am Abgrund, aber noch nicht reingefallen. Ein Fuß, mit einem Fuß bin ich auf dem Land. Mit einem Fuß schwebt, schwebt über dem Abgrund. Jetzt ist die Frage, ob ich die Balance kriege. Etwas zu weit vorgebeugt. Und ich plumse in einen dieser Canyons rein, die es hier auf dem Mars in rauen Mengen gibt. Etwas zu weit zurückgelehnt. Und ich falle auf mein Hinterteil. Und das sieht dann auch reichlich doof aus. Und ich muss mich erstmal aufrappeln und komme auch nicht in die Puschen. Ganz, ganz schön schwierig hier, die richtige Balance zu finden. Das richtige Balancing. Bei seinen strategischen Plänen hier bei Offworld Trading Company. Bis bald. Tschüss.